Die Arbeitslosenzahlen in Deutschland spiegeln im Moment nicht die konkrete wirtschaftliche Lage wider, denn nach wie vor haben wir weit über eine Million Menschen in Kurzarbeit null. Mit Verlaub, das ist auch eine Art von Arbeitslosigkeit, dafür mit höheren Bezügen für die Betroffenen. Dass diese Arbeitnehmer zukünftig ihren Job wieder so ausüben werden, wie vor dem Lockdown, das ist sicherlich nur eine Wunschvorstellung, und weit weg von der Realität. Die Realität ist, dass wir zwar von 200 auf 0 abgebremst haben, aber von 0 auf 200 können wir nach der Pandemie sicherlich nicht aus dem Stand beschleunigen. Das wird lange dauern, und unsere Welt wird nicht mehr so sein, wie sie einmal war. Ist sie eigentlich heute schon nicht mehr, das müssen wir alles schon zugeben. Nun hat die Politik die Wahl sich mit den neuen Maßnahmen zwischen der Volksgesundheit und der Volkswirtschaft zu entscheiden. Ein ganz schmaler Grad, denn mit einem erneuten Lockdown würden in Deutschland nach Expertenmeinung weitere 1 Million Arbeitsplätze verloren gehen. Das wäre aber nur die kurzfristige Auswirkung und die Spitze des Eisbergs, denn die langfristigen Auswirkungen auf alle Branchen sind derzeit nicht seriös abschätzbar. Derzeit möchte man nicht in der Haut von Angela Merkel stecken, denn egal was da heute gemeinsam mit den Länderchefs beschlossen werden wird, es ist die Wahl zwischen Pest und Cholera.